Kein einziges. Aber man muss immer bereit sein. Es ist das Feuerfohn. Kannst du bitte drangehen, Peppa? Wahrscheinlich ist es wieder dein Papa. Okay. Hallo, hier Feuerwache. Hallo, Peppa. Oh, Papa, du schon wieder. Du bist sehr ungezogen. Das Feuerfohn ist nur für Notfälle. Gibst du mir mal Frau Mümmel, bitte? Sei doch so lieb. Papa will mit Ihnen sprechen. Hallo, Papa Wutz. Dieses Telefon ist reserviert für den Alarm bei... Feuer! Feuer! Oh, weh. Der Grill von Papa Wutz steht in Flammen. Feuer! Feuer! Die Mütterfeuerwehr rückt aus. Hui! 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 Festhalten! Hui! Hui! Feuer! Feuer! Ding-Dong! Ding-Dong! Da kommt Frau Mümmels Feuerwehrauto. Hurra! Vor Seite, Papas! Mama Clef, Kommando, Wasser marsch! Ei, ei, Mama Wutz! Das Feuer ist gelöscht. Hurra! Danke für die Rettung, Frau Mümmel. Kein Problem. Das gehört alles zum Service. Zum Service der Mütterfeuerwehr. Und jetzt, wo die Mütterfeuerwehr unseren Garten unter Wasser gesetzt hat, können wir alle zusammen in den Matschepfützen herumspringen. Ja! Ich liebe Feuerwehrautos. Ganz besonders, wenn sie Matschepfützen machen. Köstlich. Gibt es noch mehr Spaghetti? Papa Wutz, du hattest doch schon drei Portionen. Essen gibt mir Energie. Und ich brauche Energie für meinen Spendenlauf. Du musst für deinen Lauf aber auch noch trainieren. Wie wäre es, wenn ich heute das Essen trainiere und morgen trainiere ich das Laufen? Nein, Papa. Du musst sofort mit dem Lauftraining anfangen. Oh. Komm jetzt, Papa. Du bist. Haha, das ist einfach. Es ist einfach, bergab zu laufen. Es ist schwer, bergauf zu laufen. Ich glaube, ich hätte besser nicht so viel Spaghetti gegessen. Der Tag des Spendenlaufs ist gekommen. Madame Gazelle hat eine Karte, die zeigt, wie weit Papa Wutz laufen muss. Wenn Papa Wutz es bis ihr in schafft... Bis zum Supermarkt. Dann bis ihr in... Zur Tankstelle von meinem Opa. Danach die ganze Strecke bis ihr in... Oh, Quetterstein. Dann haben wir bestimmt genug Geld zusammen, um das Dach reparieren zu lassen. Ich starte sofort. Achtung, fertig, los. Ich hab's geschafft. Jetzt können wir feiern. Dummer, Papa. Das ist doch bloß der Plan. Ja, genau. Und jetzt geht es los zur echten Burgwetterstein. Oh. Achtung, fertig, los. Hurra! Weiter so, Papa Wutz. Du kannst es schaffen. Weiter so, du kannst es schaffen. Der Bus hat Burgwetterstein erreicht. Alle freuen sich auf das leckere Picknick. Wasser. Wasser. Was für ein schöner, heißer Tag. Und was für eine gemütliche Art an Geld zu kommen. Faulenzen. Papa Wutz liebt es zu faulenzen. Papa, musst du denn heute gar nicht arbeiten gehen? Nein, Peppa. Heute ist doch Samstag. Samstags hat Papa Wutz frei. Papa Wutz, du kommst zu spät zur Arbeit. Aber es ist doch Samstag, Mama Wutz. Oder nicht? Nein, heute ist Donnerstag. Oh. Donnerstags arbeitet Papa Wutz. Bis später. Wiedersehen. Armer Papa, er muss arbeiten gehen. Du hast es gut, Mama. Du kannst den ganzen Tag zu Hause spielen. Aber ich spiele doch nicht. Ich arbeite an meinem Computer. Schorsch will das lustige Hühnchen spielen. Schorsch, wir können gerne das lustige Hühnchen spielen. Aber erst, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Luzi Locke und ihre Mutter holen Peppa zur Spielgruppe ab. Hallo Peppa. Hallo, Luzi. Viel Spaß in der Spielgruppe. Viel Spaß in der Spielgruppe. Bis bald, Mama. Arbeite schön. Frau Locke, arbeitest du oder spielst du heute? Na, ich arbeite heute und zwar so richtig hart. Ich gehe zum Sport. Und was machst du so beim Sport? Laufen, springen und hüpfen. Mama, das ist keine Arbeit. Das ist spielen. Opa Wutz ist das Telefon ins Wasser gefallen. Oma Wutz am Apparat. Hallo? 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 Irgendwie müssen wir eine Nachricht zu Oma Wutz schicken. Zu Oma Wutz schicken? Polly kann doch zu Oma fliegen. Gute Idee, Peppa. Und ich bringe Polly bei, was sie sagen soll. Opa Wutz sagt... Opa Wutz sagt... Hilfe, Hilfe! Hilfe, Hilfe! Da seht ihr, ganz kinderleicht. Opa Wutz sagt ganz kinderleicht. Du alter Taugenichts! Du alter Taugenichts! Hallo, Polly. Was machst du denn hier? Opa Wutz sagt... Was sagt Opa Wutz denn? Du alter Taugenichts! Hilfe! Hilfe! Du meine Güte! Opa braucht wohl Hilfe! Opa Klaef! Hallo, Oma Wutz! Opa Wutz braucht Hilfe. Kannst du ihn bitte retten? Madame, ich wäre höchst entzückt. Opa! Opa! Ahoi auch! Braucht ihr etwa Hilfe, Käpt'n? Ähm, vielleicht... Soll vielleicht mein rostiger alter Kahn euch retten? Ja, bitte, Opa Klaef. Hier fahrt, Käpt'n! Ei, ei, Skipper! Opa Klaef und Opa Wutz sind die allerbesten Freunde. Oma, hat Polly dir eigentlich gesagt, dass wir Hilfe brauchen? Ja, Polly ist ein sehr kluger Vogel. Sag, ich bin ein kluger Vogel! Wuff, wuff! Ich bin ein kluger Vogel! Wuff, wuff! Ha, 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 ha! Es ist morgen. Peppa und ihre Familie fahren zur Bücherei. Boah! Hier stehen aber viele Bücher! Psch, Peppa! In einer Bücherei muss man leise sein. Warum? Weil die Leute zum Lesen hierher kommen. Und dabei wollen sie Ruhe haben. Der Nächste, bitte! Frau Mümmel ist die Bibliothekarin. Hallo, Mama Wutz! Möchten Sie diese Bücher zurückgeben? Ja, Frau Mümmel. Immerher damit! Warum macht der Computer so ein Geräusch? Er schaut nach, ob vielleicht jemand schusselig war und ein Buch zu lange behalten hat. Ähm, ich fürchte, ich habe dieses Buch tatsächlich ein bisschen zu lange behalten. Keine Sorge, Papa Wutz. So schlimm wird es wohl nicht sein. Was? Papa Wutz! Sie haben dieses Buch ja schon seit zehn Jahren! Schusseliger Papa! Entschuldigung, Frau Mümmel. Geht schon in Ordnung. Jetzt können Sie sich ein neues ausleihen. Frau Mümmel, dürfen Schausch und ich uns jetzt auch ein Buch ausleihen? Gern! Die Kinderbuchabteilung ist hier drüben. Oh, guck mal! Über Feen, Blumen, Prinzessinnenkleider. Hallo, Peppa! Oh, hallo, Klausi! Ich leihe mir ein Buch über Fußball. Hallo, Peppa! Hallo, Luzi! Ich leihe mir ein Buch über Krankenschwestern. Schausch hat sich ein Buch über Dinosaurier ausgesucht. Klausia! Guck mal, was ich gefunden habe. Betonmischen Band 2 für Fortgeschrittene. Hier ist ein Rote-Affe-Buch. Nein, bloß nicht das Rote-Affen-Buch. Das ist so öde. Das ist aber eine andere Geschichte. Sie ist vielleicht spannender. Ist sie bestimmt nicht. Na, endlich! Sind jetzt alle soweit. Herr Käpt'n Kleff, ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Ich auch! Ich auch! Ich auch! Ich auch! Und ich! Wo bleiben die denn so lange? Hallo, Opa Kleff? Ich dachte, ihr wärt schon längst unterwegs. Ja, ja, wir sind fast da. Ich musste nur noch die Mannschaft zusammentrommeln. Ankerlichten! Volle Segel! Allein, Käpt'n Kleff! Piraten sind wir hier. Und stecken wir in See. Und holen uns den Schatz. Man trau, ahoy, juchhe. Land in Sicht! Die Kinder sind am Garten von Opa Wutz angekommen. Der Plan ist, den Schatz zu holen, ohne erwischt zu werden. Hip, hip, hurra, Piraten! Psst, Mama! Ich hoffe, dass keine Piraten hier sind. Die haben es nämlich auf meinen schönen Schatz abgesehen. Peppa und ihre Freundin holen den Schatz, ohne erwischt zu werden. Es sind Schokoladenthaler. Alle lieben Schokoladenthaler. Lecker, lecker, lecker! Aha! Hab ich dich! Opa Kleff ist erwischt worden. Du wolltest mir wohl meinen Schatz klauen, Schurke! Das ist meiner! Ich hab ihn rechtmäßig gestohlen! Oh nein, hast du nicht! Doch, hab ich wohl! Danke, Käpt'n Wuck und Käpt'n Kleff, für das schöne Piratenspiel. Oh, bitte! Gern geschehen! Äh, oh ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Klausi! Das ist der beste Piratengeburtstag von allen. Haar! Achtung, Achtung! Das Öl ist fast leer. Was ist Öl? Öl hilft dem Motor zu laufen wie geschmiert. Und ist das Öl denn jetzt schon weg? Nein, diese Warnungen kommen immer lange im Voraus. Das Öl ist jetzt leer. Ach, herrje. Zum Glück hab ich noch eine Dose Öl als Reserve dabei. Sehr gut, Papa Wutz. Wir füllen einfach das Öl in den Motor und dann... Oh! Was ist los? Hier ist überhaupt nichts drin. Der Motor ist weg! Da kommen Frau Locke und Luzi Locke. Hallo, Luzi! Hallo, Peppa! Wir haben unseren Motor verloren. Euren Motor verloren? Ja, er ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich würde ihr gerne helfen, aber ich habe keine Ahnung von Motoren. Vielleicht irre ich mich aber genau genommen. Sieht dieses Teil hier wie ein Motor aus. Ach ja, gut beobachtet, Frau Locke. Das Wohnmobil hat seinen Motor hinten. Fein! Das sollte genügen. Danke sehr, Frau Locke. Gern geschehen! Und genießt eure Urlaubstage! Wann sind wir denn endlich da? Fahren Sie den nächsten Hügel hinauf, dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Hurra! Schlafenszeit! Wo schlafen wir denn? Mama Wutz und ich schlafen hier auf diesem Bett. Oh! Und ihr zwei schlaft dort oben. Aber da oben ist doch gar nichts. Hoho! Schaut mal her! Das Wohnmobil kann sein Dach ausfahren. Im Wohnmobil wohnen wir genauso wie zu Hause. Während der Ferien ist es ja auch unser Zuhause. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Gute Nacht! Wir sehen jeden Morgen Ihre Sendung. Das ist gut. Ihr könnt mir gerne ein paar Bilder schicken. Machen wir! Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, heute malen wir Bilder für Mr. Kartoffel. Hurra! Ich male eine Ananas. Ich male eine Möhre. Sehr gut. Und was malst du, Emily? Eine Erbse. Wunderschön. Und Petro? Eine Superkartoffel. Oh, verstehe. Und Schorsch hat eine ganz wunderbare Tomate gemalt. Papa, welches Gemüse hast du gemalt? Meinen Papa, beim Fernsehgucken. Fantastisch. Gut, wir stecken jetzt die Bilder in einen Umschlag und schicken sie an Mr. Kartoffel. Es ist Morgen und Zeit für die Sendung von Mr. Kartoffel. Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel. Wir haben Mr. Kartoffel einen Brief mit allen unseren Bildern geschickt. Haben Sie den Brief bekommen? Er kann dich nicht hören, Papa. Er ist doch im Fernsehen. Oh, ja, natürlich. Ich habe einen Brief voller Bilder bekommen. Diese Tomate sieht sehr saftig aus. Seht mal, das hat Schorsch gemalt. Gut gemacht, Schorsch. Aber das Bild hier von Peppa Wutz ist mein Lieblingsbild. Boah, das ist ja mein Bild. Es zeigt Papa Wutz beim Fernsehgucken. Hm, sieht so aus, als sollte Papa Wutz ein bisschen Sport treiben. Äh, was? Na los, Papa Wutz. Wir springen jetzt auf und ab, auf und ab. Oh, na gut. Auf, ab, auf, ab. Papa Wutz liebt es, auf und ab zu springen. Alle lieben es, auf und ab zu springen. Mama Wutz, Peppa und Schorsch springen die Gemüsereste zu Oma und Opa Wutz. Wir sind da. Hurra. Opa Wutz. Opa, los. Wir haben dir ein besonderes Geschenk mitgebracht. Ah, prächtige Gemüsereste. Fantastisch. Mein Garten wird sich darüber freuen. Gibst du deinem Garten wirklich Gemüse zu essen? Ho, ho. Nein, Peppa. Diese Gemüsereste sind doch für meinen Komposthaufen. Was ist das? Ich zeige ihn dir. Hier ist er. Das ist ein Holzkasten. Ja, Peppa, aber es ist ein ganz besonders schlauer Holzkasten. Ich schütte die Gemüsereste hier oben rein. Und wenn ich hier unten aufmache, kommt wunderbare Erde raus. Die heißt Kompost. Wie funktioniert denn das? Ist das ein Zauberkasten? Ho, ho. Nein, Peppa. Ich habe ein paar kleine Freunde und die helfen ihm dabei. Wo denn? Hier drin. Guck mal. Ah, wabbelige Würmer. Wabbel, wabbel. Die Würmer verwandeln all die Gemüsereste zu Kompost. Opa, können wir dir noch mehr wabbelige Würmer für deinen Kompost bringen? Das ist eine gute Idee. Komm, Schorsch. Wir suchen jetzt noch mehr wabbelige Würmer. Ein wabbeliger Wurm. Wabbel, wabbel. Wabbel, wabbel. Hallo, wabbelwurm. Hallo, Schwabbelwurm. Du wabbelst da rum. Das ist gar nicht dumm. Du, wabbelwurm. Haha. Sehr schön. Sei ein braver, wabbeliger Wurm. Und verwandle das alles in Kompost. Guten Morgen, meine kleinen Schweinchen. Guten Morgen, Papa Wutz. Ich liebe Camping. Wo wir nun schon mal auf dem Land sind, habe ich mir gedacht, dass wir uns hier mal die Natur anschauen könnten. Gute Idee, Mama Wutz. Schauen wir uns doch eine Natursendung an. Eines der wirklich großen Naturwunder. Vögel. Wie wunderbar. Husch, husch, kleiner Piepmatz. Wir können sonst die Sendung nicht hören. Oh, Papa Wutz. Du willst doch nicht im Ernst unseren Campingurlaub mit Fernsehen verbringen, oder? Das können wir auch zu Hause. Äh, du hast recht, Mama Wutz. Hier gibt es nämlich viele spannende Dinge zu sehen. Zum Beispiel die Waldwelt. Was ist die Waldwelt? Die Waldwelt ist ein riesiger Wald voller Bäume. Das klingt ganz schön öde. Oder der Kartoffelkosmos. Was ist der Kartoffelkosmos? Man besichtigt die Kartoffelfelder und zum Schluss probiert man die Kartoffeln. Klingt interessant. Oder das Entenland. Was ist das Entenland? Das ist ein breiter Fluss ganz voller Enten. Entenland. Wir fahren zum Entenland. Peppa und Schorsch lieben Enten. Aber wie kommen wir zum Entenland? Das Wohnmobil bringt uns hin. Hallo. Wohin geht die Reise heute? Zum Entenland, bitte. Folgen Sie dem Verlauf dieser Straße immer geradeaus. Wir fahren zum Entenland in unserem Wohnmobil. Willkommen im Entenland. Wie viele Karten, bitte? Zwei Erwachsene und zwei Kinder. Viel Spaß mit den Enten. Wo sind die Enten denn? Vielleicht machen sie auch Ferien. Kommt, wir packen das Picknick aus. Die Enten kommen doch immer vorbei, wenn wir... Wenn wir... Picknick machen. Kommt, hier geht's nach Hause. Peppa, Schorsch, möchtet ihr die Hühner mit Mais füttern? Ja, bitte, Oma. Hier, bitte, ihr Hühner. Fresst nur. Oh, ihr habt ja ein Spielhaus. Das ist ein Hühnerstall. Da legen die Hühner ihre Eier. Eier? Ich sehe aber gar keine Eier. Jetzt nicht. Aber bald gibt es wieder Eier. Oh. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch bei Oma und Opa. Haben die Hühner schon ihre Eier gelegt, Oma? Vielleicht morgen früh, Peppa. Woher wissen wir, wann morgen ist? Günter wird uns wecken. Und jetzt schlaft mal. Gute Nacht. Es ist morgen. Das ist Günter. Vielen Dank fürs Wecken, Günter. Guten Morgen, Jessica, Sarah und Vanessa. Habt ihr für uns Eier gelegt? Eins, zwei, drei, vier. Vier Eier, Oma. Dann haben wir Eier fürs Frühstück. Dankeschön. Jessica, Sarah und Vanessa. Gekochte Eier für alle. Hurra. Sehr lecker. Oma, deine Hühner legen ja superleckere Eier. Ja, weil sie immer so leckeren Mais essen. Und auch meinen Salat. Madame Gazelle, wollen Sie jetzt Ihr Lied singen? Natürlich, Peppa. Oh, meine Puppe koch ich Suppe. Sie ist... Oh je. Alle Erwachsenen haben sich bei Pedro angesteckt. Dr. Braunbär am Apparat. Hier ist Peppa Wutz. Alle Erwachsenen sind krank. Keine Sorge, Peppa. Bin schon unterwegs. Hallo zusammen. Alle haben Petos Husten, richtig? Also dann, der Reihe nach. Schön Mund aufmachen. Es schmeckt nach Vanillepudding mit alten Socken. Danke, dass Sie sich um uns gekümmert haben, Dr. Braunbär. Wer kümmert sich denn um Sie, wenn Sie mal krank sind? Niemand kümmert sich um mich. Ich bin nie krank. Oh je, Dr. Braunbär hat sich mit Petros Husten angesteckt. Nicht so schlimm. Wiedersehen. Wiedersehen. Armer Dr. Braunbär. Jetzt ist er selber krank und hat keinen, der sich um ihn kümmert. Oh. Besuch um diese Zeit? Hallo. Wir wollen uns um Sie kümmern. Hier haben Sie Obst. Und noch ein paar Kissen. Und hier ist Ihre Medizin. Das schmeckt ja wie Marmeladenteppich-Pudding-Joghurt-Sotten. Jetzt singen wir noch was, dann geht's Ihnen bald besser. Oh. Das ist doch nur langweiliger Weltraumkram für Babys, Papa. Das ist doch nicht echt. Aber der Weltraum ist echt, Peppa. Und es gibt Raketen, die fliegen zum Mond. Im Museum gibt es eine Ausstellung über den Mond. Sollen wir sie uns ansehen? Ja. Aber müssen wir dann wirklich zum Mond fliegen? Nein, Peppa. Wir fliegen nicht wirklich zum Mond. Wir fahren zum Museum. Okay. Das ist das Museum. Hallo zusammen. Wollt ihr zur Mondausstellung? Ja, Frau Mümmel. Fünf Karten, bitte. Hier, bitteschön. Genießt eure Reise zum Mond. Oh. Wir fliegen ja tatsächlich zum Mond. Nein, Peppa. Ihr tut nur so als ob. Hier entlang, bitte, für die Reise zum Mond. Herr Löffel führt die Tour. Oh. Bereit machen zum Abflug. Wir tun nur so als ob, oder? Genau, Peppa. Wir tun nur so. Fünf, vier, drei, zwei, eins, start. Wir leben auf einem Planeten. Weiß jemand, wie er heißt? Erde. Das stimmt. Ich bin ja auch Experte im Weltraum. Es gibt noch sieben andere Planeten, die unsere Sonne umkreisen. Weiß jemand, wie sie heißen? Ähm. Der Merkur. Oh, sehr gut, Edmund. Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun, Uranus. Edmund weiß alles über den Weltraum. Ich bin ein Schlauberger. Papa Wutz kommt von der Arbeit zurück. Hallo zusammen. Hallo, Papa. Ähm, Papa Wutz, wir haben da ein kleines Problem und, ähm... Erzähl's mir später, Mama Wutz. Ich muss mich jetzt auf mein Spiel vorbereiten. Wo ist mein Fußballtrikot? Hier. Hihi, sei kein Dummerchen, Peppa. Das ist ein Kleid von deiner Mutter. Rosa, es ist rosa. Nein, Papa. Es ist dein Fußballtrikot. Es ist etwas Matsche drauf gespritzt. Darum haben wir es gewaschen. Und dann ist alles irgendwie schief gegangen. Entschuldige, Papa. Aber ich kann doch kein rosa Fußballtrikot tragen. Warum denn nicht, Papa? Rosa ist doch eine sehr schöne Farbe. Hm. Was meinst du dazu, Schorsch? Schorsch kann rosa nicht ausstehen. Da kommen die Freunde von Papa Wutz. Herr Bulle, Herr Löffel, Herr Pony und Herr Zebra. Muuu. Kann Papa Wutz rauskommen zum Spielen? Nur noch einen Moment. Meine Mannschaft trägt weiß. Ich brauche ein weißes Trikot. Aber Papa, du hast doch ein weißes Trikot. Du musst nur deine Jacke ausziehen. Stimmt's? Fantastisch. Danke, Peppa. Hallo zusammen. Hallo, Papa Wutz. Hast ein schickes Hemd. Sieht gut aus. Dankeschön. Los geht's. Jetzt spielen wir Fußball. Ja. Hurra. Hurra. Papa. Dein Hemd ist ja ganz voller Matsche. Haha. Aber klar, Peppa. Fußballtrikots sind dafür da, dass man sie schmutzig macht. Brrr. Hohohoho. Papa Wutz liebt Fußballspielen. Alle lieben Fußballspielen. Vor allem, wenn man sich dabei richtig schmutzig macht. Endstation. Alle aussteigen. Da ist Elemas Zug. Elena. Bonjour. Bonjour ist französisch und heißt guten Tag. Bonjour. Oh. Bonjour. Bonjour, Monsieur Esel. Liebe Güte, ist der Riesenkoffer von Elena? Ja. Elena hat ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Lauter Dinge, die es hier nicht gibt. Käse, Brot, Tomaten, Wasser. Au revoir, Elena. Ich komme dich morgen Abend wieder abholen. Wo soll ich Elenas Gepäck hinbringen? In mein Zimmer. Nach ganz nach oben im Haus. Und das ist dein Gepäck für nur eine Übernachtung? Oh, yeah. Deshalb ist es ja auch nur ein ganz kleiner Koffer. Also, Elena ist ja hier, um Deutsch zu üben. Wir müssen ihr alle dabei helfen. Ja, klar, Mama. Zuerst muss ich mich entschuldigen, dass ich noch nicht gut Deutsch spreche. Oh, du sprichst nicht so schlecht. Das ist sehr nett, Monsieur Wutz. Aber darf ich Ihnen eine Frage zur deutschen Sprache stellen? Aber natürlich. Ich bin Experte für Sprache. Frag nur. Sind Infinitive eine Form unregelmäßiger Verben oder intransitiven Pronomen? Ähm... Es ist ja wirklich schon spät. Sollen wir nicht Elenas Bett machen? Mama, Mama, kann Elena nicht in meinem Bett schlafen? Mit einem Kissen an jeder Seite? Gute Idee, Pepper. Pepper und Elena schlafen im selben Bett mit einem Kissen an jeder Seite. So, Kinder. Versuch zu schlafen. Morgen wird ein aufregender Tag. Elena geht mit in eure Spielgruppe. Bah, dorme bien. Dorme bien ist französisch und heißt schlaft gut. Tierarztpraxis Dr. Hamster hier. Hallo, Dr. Hamster. Unser Fisch Goldi frisst heute nicht. Und sie sieht traurig aus. Oh, sie kommen am besten gleich vorbei mit Goldi. Oh, Papa hat ja das Auto. Wie kommen wir jetzt zur Tierärztin? Wir nehmen den Bus. Oh, klasse. Das ist die Bushaltestelle. Auf dem Fahrplan steht, der nächste Bus kommt um 10 Uhr. Und wie viel Uhr ist es jetzt? 10 Uhr. Hurra! Wie viele Fahrscheine? Ein Mama-Fahrschein und zwei kleine Schweinchen. Und einmal Fisch, bitte. Der Fisch fährt umsonst. Festhalten! Herr Bulle wartet auf den Bus. Oh, einen Fahrschein zum Musikklagen, bitte. Guten Morgen, Herr Bulle. Wir fahren mit Goldi zur Tierärztin. Oh, weh. Geht's uns heute nicht gut, Goldi? Sie kann nicht sprechen. Sie ist ein Fisch. Natürlich, vielleicht magst du ein bisschen Musik aus meiner Tuba. Die klingt aber komisch. Darum fahre ich auch zum Musikladen. Die reparieren sie. Oh. Frau Locke, Frau Mieze, Herr Zebra und Madame Gazelle steigen in den Bus. Allor, vier Fahrscheine zum Supermarkt, bitte. Hallo, Madame Gazelle. Wir bringen Goldi zur Tierärztin. Oh, geht's Goldi nicht gut? Sie mag sie. Die Räder vom Bus drehen rundherum, rundherum, rundherum. Oma Wutz, Mama Wutz und Papa Wutz warten immer noch mit dem Essen. Diese Gute-Nacht-Geschichte scheint nicht zu wirken. Ich bin hier der Experte für Gute-Nacht-Geschichten. Bei mir schlafen sie nullkommanichts. Ah, ein schrecklicher Drache. Peppa, Schorsch, ab ins Bett. Aber Opa ist doch noch nicht mit der Geschichte fertig, Papa. Die erzähle ich zu Ende. Ich komme in einer Minute. Also, da ist ein Junge, eine Bohnenranke, ein Schloss, eine hübsche Prinzessin, ein tapferer Ritter, ein Koch, ein Zauberer und ein schrecklicher Drache. Und ein sehr hungriger König. Sie speisten alle zusammen und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende. Und dann gab es eine Party. Mit all ihren Freunden. Das reicht. Jetzt gehe ich mal besser auf. Papa Wutz. Sie schlafen doch schon fast. Danke. Ich übernehme das hier. Du musst die Geschichte zu Ende erzählen, Mama. Dann aber schnell. Also, wo wart ihr denn? Es war einmal. In uralten Zeiten. Vor sehr langer Zeit. Mama Wutz ist aber schon ziemlich lange da oben. Ich höre schnarchen. Na, endlich. Peppa und Schorsch schlafen jetzt. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende. Peppa. Schorsch. Schst. Mama ist eingeschlafen. Ich glaube, Prinzessin Peppa ist die beste Gute-Nacht-Geschichten-Erzählerin. Na klar, das bin ich. Bergab fährt der Zug schnell. Madame Gazelle, mir ist ein bisschen schlecht. Kann ich bitte nach vorne gehen? Maybe, Pedro. Du kannst nach vorne zur Lok gehen. Tuf di Tapp, Tapp, Tuf di Tapp. Hallo, Pedro. Fühlst du dich nicht so gut? Möchtest du auch einmal den Zug steuern? Oh ja. Tuf di Tapp, Tuf di Tapp, der Zug fährt auf und ab. Keuch und Schnauf, Keuch und Schnauf, Tuf di Tuf di Tapp. Ein Signalpfosten. Der ist auch auf dem Blatt. Hurra. Die Kinder haken den Signalpfosten auf ihrem Arbeitsblatt ab. Das Signal hat den Zug angehalten, damit jemand Wichtiges die Schienen überqueren kann. Es ist Frau Emte und ihre Freunde. Männo, wir hatten noch gar keinen Tunnel. Oh, es ist dunkel. Wir sind im Tunnel. Der Tunnel ist die letzte Aufgabe auf dem Arbeitsblatt. Hurra. Endstation. Alle Mann, bitte aussteigen. Aber Madame Gazelle, wie kommen wir denn jetzt nach Hause? Oh, Peppa, aber da sind wir doch schon. Der Zug ist einen großen Kreis gefahren. Fahrscheine, bitte. Pedro hat wieder seinen Fahrschein verloren. Pedro, kann ich bitte meine Mütze wieder haben? Da ist Petros Fahrschein. Ja, da habe ich ihn hingetan. Kannst du mich ein bisschen anschubsen, bitte? Ich denke, jemand anderes ist jetzt mal dran mit Schaukeln, Pedro. Aber ich muss bald nach Hause gehen. Oh, verstehe. Das ist was anderes. Ich werde dich anschubsen. Aber Opa. Mir ist so langweilig. Mir auch. Mir auch. Kommt, wir fahren Karussell. Alle wollen Karussell fahren. Zu viele Kinder auf dem Karussell. Alle Mann runter. Aber Opa Wutz, ich war doch als erstes da. Aha, dann kannst du also zurück aufs Karussell. Ich muss aber auch drauf. Oh, warum denn das, Luisa? Ähm, weil ich glaube, ich habe bald Geburtstag. Oh, okay. Und ich auch. Oh, in Ordnung. Sind alle Mann bereit? Ja. Stopp. Es sind ja gar keine Jungs auf dem Karussell. Ähm. Also, sind jetzt alle Mann bereit? Aber ich habe eine Brille. Kann ich bitte mitfahren? Die Kinder denken sich ihre eigenen Regeln aus. Ich muss auch mit, weil ich Möhren mag. Also gut. Sind jetzt alle Mann bereit? Nein. Ich muss auch noch mit. Ich kann nämlich sowas. Pff. Da kommt Mama Wutz. Pff. Na, wie geht es so, Opa Wutz? Äh, ich bin verwirrt. Diese Spielplatzregeln sind zu kompliziert. Es gibt nur eine Regel, Opa Wutz. Und die lautet. Jeder wartet, bis er dran ist. Hui. Was? Sogar die ganz Kleinen? Sogar die ganz Kleinen. Und was ist mit den ganz Alten wie Opa? Sogar die ganz Alten wie Opa. Auf dem Spielplatz ist jeder mal dran. Hui. 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 Oh, wo ist denn Teddy Lausbub? Teddy Lausbub ist weg. Papa, du hast Teddy Lausbub verloren. Keine Sorge, Peppa. Er taucht schon wieder auf. Hallo. Wie war euer Tag? Papa hat Teddy Lausbub verloren. Oh nein. Aber ich weiß schon, wie wir ihn wiederfinden. Aber wie finden wir Teddy Lausbub wieder, Papa? Zuerst drucken wir alle Bilder aus, die wir von ihm gemacht haben. Mama Wutz packt die Einkaufstaschen aus. Wohin geht ihr? Wir kleben Bilder von Teddy Lausbub an die Bäume. Oh. Papa, warte auf mich. Warum kleben wir die Bilder an die Bäume, Papa? Die Leute sehen die Bilder von Teddy Lausbub und wissen, dass er weg ist. Und dann helfen sie uns suchen. Ah, da ist Teddy in meinem Bett. Hihihi. Und da ist Teddy in der Küche. Und hier sind die Bilder von Sorge. Die aus dem Supermarkt. Oh, Teddy Lausbub. Jetzt weiß ich, wo er ist. Hihihi. Oh, hallo. Mama, wir wissen jetzt, wo Teddy Lausbub ist. Ja, er ist in der Einkaufstasche bei den Nudeln und den Tomaten. Peppa zeigt in der Spielgruppe das Fotoalbum von Teddy Lausbub. Ich dachte schon, dass der Teddy Lausbub bei uns kein spannendes Abenteuer erlebt. Aber zum Glück hat mein Papa ihn im Supermarkt verloren. Aber wir haben ihn wiedergefunden. In der Einkaufstasche. Puh. Das war wirklich ein Abenteuer. Und was für eins. Wann sind wir denn endlich da? Noch nicht ganz, Peppa. Wir können ja ein Spiel machen. Jeder von uns muss ein Auto in seiner Lieblingsfarbe entdecken. Ja. Meine Lieblingsfarbe ist grün. Meine ist orange. Meine ist rot. Schorsch. Und was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Die Lieblingsfarbe von Schorsch ist blau. Fein. Ich bin gespannt, welche Farbe uns zuerst begegnet. Los geht's. Da kommen Molly und Frau Mieze in ihrem grünen Auto. Haha, grün. Das ist meine Lieblingsfarbe. Ich habe gewonnen. Hallo, Molly. Miau. Hallo, Peppa. Da kommen Klausi und Opa Kleff in ihrem orangenen Abschleppwagen. Orange. Ich habe gewonnen. Hallo, Klausi. Hallo, Peppa. Hoho. Da kommt das nächste Auto. Das ist Luzi. Hallo. Hallo, Peppa. Blau. Ja, Schorsch. Es ist ein blaues Auto. Jetzt hast du gewonnen. Das ist ein dummes Spiel. Es kommt überhaupt gar kein rotes Auto vorbei. Also ein rotes Auto gibt es schon, Peppa. Wo? Na, welche Farbe hat denn wohl unser Auto? Ähm, es ist rot. Gewonnen, gewonnen. Familie Wutz ist in den Bergen angekommen. Wir werden eine fantastische Aussicht haben von da oben. Wir sind da. Hurra. Guckt mal, was für eine schöne, sonnige Aussicht. Oh je, es fängt an zu regnen. Wo ist denn die schöne, sonnige Aussicht? Ähm, da ist eine schöne Aussicht. Da steht Frau Mümmels Eiswagen. Hallo, Frau Mümmel. Hallo, Papa Wutz. Viermal Eiscreme, bitte. Herein spaziert. Fang das Entchen und gewinnt den Riesenteddy. Mama, können wir auch mal? Na gut. Zwei Euro, bitte. Zwei Euro? Alles für einen guten Zweck. Hol den Riesenteddy, Mama. Ich versuch's, Peppa. Aber ich fürchte, das ist nicht so einfach. Das stimmt. Sie haben keine Chance. Was? Es ist unmöglich. Geldverschwendung, wenn Sie mich fragen. Das wollen wir doch mal sehen. Mama Wutz hat gewonnen. Hurra. Unglaublich. Hier ist ihr Riesenteddy. Hättest du nicht lieber einen kleinen Teddy, Peppa? Kommt nicht in die Tüte. Guck mal, Mama. Ein Riesenteddy. Er ist etwas groß. Ist er gar nicht. Schorsch und Papa Wutz stehen am Ringelkringel an. Hm. Der ist ja doch ziemlich hoch, Schorsch. Bist du sicher, dass du da rauf fällst? Zwei Euro, bitte. Zwei Euro? Ist alles für einen guten Zweck. Oh weh, es ist doch ein bisschen hoch für Schorsch. Keine Angst, Schorsch. Ich komm rauf zu dir. Das macht zwei Euro, bitte. Oh. Schorsch hat keine Angst mehr vor der Höhe. Oh, es ist schon ein bisschen hoch hier. Ich nehme lieber die Treppe. Die Treppe ist voller Kinder. Da geht's nach unten, Papa Wutz. Also gut. Oh. Ich spiele jetzt Blockflöte. Und was ist dein Talent, Luisa? Ich kann einen besonderen Ton. Das geht nur, wenn ich auf Zehenspitzen stehe. Das war aber sehr gut. Ja, aber was kann ich zeigen? Molly, was ist dein Talent? Seilspringen. Ich wollte doch Seilspringen. Aber ich kann immer noch tanzen und singen. Mein Talent ist singen. Funkel, Funkel, kleiner Stern. Aber ich kann ja immer noch tanzen. Luzi Locke, was ist dein Talent? Tanzen. Tanzen. Nein, du kannst nicht tanzen. Oh weh. Tanzen war Peppers letztes Talent. Es ist wunderbar, dass jeder von euch heute ein anderes Talent vorgeführt hat. Also, wer ist noch übrig? Peppa. Ich wollte Seilspringen oder singen oder tanzen. Aber das war alles schon. Man kann viele Talente haben, Peppa. Auf jeden Fall nicht Fernsehen gucken. Überleg mal, was du wirklich gerne machst. Ich weiß es. Ich habe noch ein Talent, bei dem ich richtig gut bin. Mal sehen, welches Talent Peppa wohl meint. Mein besonderes Talent, das ich am besten kann, auf der ganzen weiten Welt, ist auf und ab zu springen. In Matschepfützen. Peppa liebt es, in Matschepfützen zu springen. Alle lieben es, in Matschepfützen zu springen. Hallo zusammen. Hallo Peppa. Edmund Elefant und Linus Löffel spielen im Sandkasten. Brumm. 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 Kommt, ihr spielen in den Sandkasten. Oh ja. Stopp. Wo ist das Problem? Wir reißen jetzt die Straße auf. Und ich bin der Boss. Oh. Brumm. Brumm. Aber dauert das denn lange? Es dauert genauso lange, wie es dauert. Zuerst graben wir ein Loch. Brumm. Brumm. Dann schütten wir es wieder zu. Brumm. Brumm. Und schon ist die Straße fertig. Hurra. Brumm. Peppa, Schorsch. Zeit, nach Hause zu fahren. Brumm. Oh weh, Schorsch möchte noch nicht nach Hause. Na komm schon, Schorsch. Auf dem Heimweg sehen wir noch mal, wie Herr Bulle die Straße aufreißt. Auf Wiedersehen zusammen. Wiedersehen, Peppa. Peppa und Schorsch freuen sich schon darauf, Herrn Bulle wieder zu treffen. Herr Bulle hat bestimmt schon Feierabend und ist zu Hause. Herr Bulle hat bestimmt schon Feierabend und ist zu Hause. Kaputt? Nein, Peppa. Diesmal sind es kaputte Elektrizitätsleitungen. Und wie reparieren Sie Elektrikitätszeitungen? Wir reißen die Straße auf. Hurra. Peppa und Schorsch lieben es, wenn Herr Bulle die Straße aufreißt. Alle lieben es, wenn Herr Bulle die Straße aufreißt. Hallo, Kinder. Heute lernen wir gemeinsam alles über die Zahlen. Weiß jemand von euch, wofür Zahlen da sind? Sind Zahlen nicht zum Zählen da? Ja, Peppa. Wer von euch kann denn schon zählen? Ich, 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 ich. Okay, Pedro. Ähm, eins, zwei, drei, vier. Pedro hat bis vier gezählt. Gut gemacht, Pedro. Kann jemand schon weiter zählen als bis vier? Ich, ich, ich. Luisa. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Luisa hat bis sieben gezählt. Ausgezeichnet, Luisa. Madame Gazelle? Ja, Molly? Meine Mama kann bis zehn zählen. Boah. Ja, nach sieben kommt acht, neun, zehn. Acht, neun, zehn. Sehr gut. Es ist Spielzeit. Luisa Löffel, Zoe Zebra, Luzi Locke und Peppa spielen Gansalchen springen. Ich mag Sand. Und ich mag Meer. Ich sag, Luzi, komm zu mir her. Ich mag Ping. Ich mag Pong. Ich sag, Zoe, du auch jetzt komm. Ich weiß was. Wir machen, wer von uns am längsten springen kann. Ich zähle. Ich zähle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zoe gewinnt. Hurra. 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 Schorsch, Linus, Schwester Luzi ist da. Und Schwester Luzi sagt, hier ist kein Dinosaurierland. Hier ist jetzt ein Krankenhaus. Und in einem Krankenhaus ist es immer schön aufgeräumt. Das Kinderzimmer ist kein Dinosaurierland mehr. Es ist jetzt ein Krankenhaus. Ich bin die wichtige Frau Doktor. Hm. Dieser Dinosaurier sieht krank aus. Ich stimme Ihnen zu, Frau Doktor. Er sieht schon ganz grünlich im Gesicht aus. Er muss sofort ins Bett. Und dieser Dinosaurier sieht sogar schon ganz lilalig aus. Ja, Frau Doktor. Er muss auch ins Bett. Sofort. Frau Sia. Sch. Bitte Ruhe jetzt. Hier ist ein Krankenhaus. Haft auf. Das Kinderzimmer ist kein Krankenhaus mehr. Jetzt ist es ein Bahnhof. Schluss jetzt. Es gibt keine Eisenbahn im Feenland. Oh, jetzt ist das Kinderzimmer ein Feenland. Im Feenland sind aber nur ganz schöne Sachen erlaubt. Warum weint ihr denn so laut? George und Linus wollen immer nur Dinosaurier oder Eisenbahn spielen. Und wir wollen doch Krankenhaus oder Feenland spielen. Hm. Ich sehe gerade, es hat aufgehört zu regnen. Und? Und? Geht doch alle nach draußen zum Spielen. Aber die machen doch nur kleine Jungs-Spiele. Und wir mögen nur Spiele für große Mädchen. Aber wenn es mal so lange geregnet hat, was findet man dann im Garten? Matschepfützen. Und wofür sind Matschepfützen da? Um Märmen herumzuspringen. Alle lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Egal ob kleine Jungs, große Mädchen oder Mamas und Papas. Matschepfuscitz. Matschepf Matschepf いくart Herkste Schepf Turbes 이 entered